und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu night of the dead mit mir den kabin wir werden jetzt noch mal eine stadt gehen denn mir ist langweilig und wir brauchen noch ein bisschen material und ich hoffe dass wir in der stadt eben noch ein bisschen was kriegen ja ein bisschen öl und so schon ein bisschen in der hinterhand dann können wir uns ein paar ladungen bauen ja unter dem teil ein paar maschinen und so und außerdem will ich kicken ob das dann mit den respawnen langsam mal ein bisschen funktionieren tut bis jetzt nicht aber wie gesagt die hoffnung stürzt zuletzt halt dann wird immer kala hier war ja ich verstehe nicht die steine alles hier respawn arbeitet was wichtig ist also jetzt zurzeit nicht naja so dieser schwert auf 9 bin ich ja mal gespannt übrigens wir sollten echt mal anfangen sagen wie sieht es denn aus bolzen technischerweise ja da fehlt uns alles also alles beim alten das ist aber machbar kriegen wir alles hin hier ist die größe und sobald da ein paar sondies killen und sie da fliegen lassen ist meistens eisensplitter mit bei ich lobe es heute hinzukriegen sein also wie gesagt also ich lobe ich habe gelesen dass wir wie gesagt was wir in respawn macht haben aber ich weiß jetzt nicht ob es auch naturalien sich bezogen hat oder eben halt auch ich lobe lieber wer mit der zweite aber wahrscheinlich für die erste so dass sie ruckelt nicht eine stadt da machst du erst mal nicht so ich würde mich mal gerne mit den feral anlegen um zu gucken wie stark das schwert ist hallo und da können wir auch noch hin da waren wir noch nicht hallo tut könnten sie mal ausprobieren zu sein weil ich nämlich ja keine musik für die knarre genug arbeiten läuft gut also ja die haben keine chance mehr hatten sie vorher schon nicht mehr der ist doch gerade erst jetzt bohren oder alter wie die laufen ich könnte mich jedes mal beömmeln alter habe ich mich gerade erschreckt sorry also letztes mal habe ich gesehen dass der dude rausgefüttert worden ist äh die bohren schon wieder ich hoffe dass das immer noch so ist äh tut mir sorry kann ich nicht ändern ich kann nicht hier mal pause machen ich habe jetzt wirklich also gestern habe ich schon aufgehört wegen die bohren und jetzt schon will er den ganzen tag das kann ich nicht machen das ist kacke ist das da das ist blöd ist das da mann so hier war man mich noch nicht drin das weiß ich das ist aber auch ziemlich leer ist mir eine leere hallo na teile mir nicht an ich mach das ja auch nicht aber so wie draußen ist dem während sich die hand schön eingeschränkt aber komischerweise hier drinnen sehen sie uns nicht aber draußen leuchttacke das ist echt komisches detta das ist mr strange sonst hier draußen oder irgendwas auf dem balkon nö das ist alles das ist aber blöd gut hat sich nicht so wirklich gelohnt aber wir fangen heute mal klein an na wolltest du zu uns hey 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 nicht anpassen kurz na ne äh bei jungen meint ich du klingener penner ihr wald ist ja ekelhaft wald 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 sagst du der hält aber ziemlich so der hat ja ein schiff feller ausgehalten ganz schön viel so hier können wir nie rein das ist alles bloß fake das ist fake na seht ihr nischt so Papiere brauche ich jetzt überhaupt nicht kann ich jetzt überhaupt nicht brauchen Du siehst mich nicht. Nein, nein. Die Papiere kann ich mir eigentlich nicht klemmen. Das war aber schnell. So, ein paar Eisenstücke. So, mal kann ich kehren. Juhu. Hallo. Na? Da kommt einer. Oder da geht einer. Ich weiß es nicht. Schnickel. Das nämlich alle mit. Wird konvestiert. Äh, seert. Konvestiert. Oh, Alter. Schön ist, äh, wir kriegen auch Munition, ne? Hallo. Komm zurück. So, immer mit dem Rücken an der Wand eigentlich lücken. So, ist besser. So, wir stellen uns jetzt mal ein paar Bolzen her. Gut. So, wir haben ja auch noch mal ein paar. Wirklich bloß ein paar. Äh, es sind 40 Stück. So haben wir auch damals angefangen. Plänen und bescheiden. Ich kann bloß hoffen, dass wir so genug Munition zusammenkriegen und das, äh, dass wir wirklich mal eine Runde so, äh, aussetzen können und dann einfach bloß bauen können. Möglich ist es. Das wäre so, ja, ganz gut. Das ist, wie gesagt, mal ein bisschen Abwechslung. Hm, vom Töten. Hallo. So, hier ist nischt. Sehr, sehr wenig. Ach, da ist noch was. So, was haben wir hier? Ha? Benzin, Munition, Eisen. Ah, dat ist schön. So muss dat. So muss dat und nie anders. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. So, dat warte aber auch. Wie immer bei den Nachbarn gucken. Aber ich gehöre noch. Das ist bestimmt nebenan. Und wie sie geil waren. So. Ab zum nächsten. Gut, da war eigentlich klar, dass hier noch eh zwei Häuser sind. Aber dass die das nicht sehen. Die sind doch total blind, doch da oben. Dann ist das nicht meine Schuld. Ich hab doch nicht zu tun. Hm. Wo ich jungen? Ne, ein Katana. Was kackt der Katana? Also. Ich hab das schon. Deswegen. so, rüber weg. Quasi rüber zahle. Was haben wir hier? Brechstange, Munition, alle check. Genau so. Alter, das Ding zieht schon durch. Für was? Ballermann? Alter, das Schwert, äh. Ach so, für Horde. Stimmt. Für Horde brauch ich das noch. Was sonst? Bis das tun? Ich meh mich hier durch. Volle Möhre. Wenn ich das noch 10 habe, was ist denn? Sterben die denn schon von, äh, zugucken oder was? Ist Tapsit? Was Tapsit da? Musstet Tapseln? Ist das so, ihr wollt? Oh. Komm, Ellie. Jetzt nicht mehr. Sie wurde entzungt. Alter, was ist das für ein Mordsding? Ja gut, das ist ein Laserschwert. Alter. Fand ich schon immer ein bisschen komisch, dass du mit einem Laserschwert drei, die mal zuhauen musst. Ja. Eigentlich eh ein Schlag, Kopf weg. Aber das wäre wahrscheinlich zu einfach. So. Das ist auch hier reinigt. Wir können in den nächsten Rinn. Also bis jetzt läuft das ziemlich gut. Aber wir haben es auch schon 12 Uhr, wa? Es ist schon 12 Uhr. Ist schon cool. Ich mag das. Ich mag das. Oder mal hier Benzin. Äh, Öl. Ich spüre Jute Weiß. Hey, hey. Habt ihr gesehen? Die hat sich durchgezogen. Und er hat uns abgelenkt. Mit seinen Posen. Ich finde, die Papiere müssten sich, äh, mehr stacken müssen. Können, tun. Weil wir brauchen die eigentlich jetzt bloß noch für Ladungen, ne? Also wir haben jetzt nichts anderes, für was ich die brauche. Und dafür haben wir schon eh ein Trehe zu viel. Komm runter. Du kannst auch zusammen runterkommen. Du brauchst nicht in Einzelteile runterkommen. Ist nicht nötig. Aber ich will dir, mach wie du willst, Zombie. Unschlagbar. Wie eine kaputte Blechtrommel. Ich mag es. Looten ist das Schönste. So, dann können wir den nächsten, den nächsten Maschinen aufstellen. Und dann fangen wir an als Stahl. So, wir haben uns jetzt hier angekuckt. Hast du sie noch alle, oder? Daneben. Ha, ha. Hätte auch gerne gesehen, wie er da durchgerauscht wäre. Ein bisschen Slapstick. Gut, das war's. Also die Blöcke haben wir durch. Aber ich höre doch hier noch welche. Das ist ja nicht möglich. Ditten müssen hier vorne sein. Hallo? Wer schreit hier? Ist ja eine Frechheit. Ohne uns Bescheid zu sagen. Da ist noch ein Elkawatsch. Der ist aber schon gelootet. Äh. So, ich kicke mal hier hinten. Weil hier waren wir schon zweimal drinne kicken. Äh. Hier hinten waren wir noch nicht. Also. Mal kicken, ob wir die Respawn sind. Auf jeden Fall die Zombies, glaube ich. Ja. Ja, seht ihr? Normalerweise die Respawn. Aber der Stoff. Der staffelt sich nicht. Und das ist schade. Aber ich kicke trotzdem nochmal nach. Nee. Nee. Leider nicht. Gut, ist auch ziemlich realistisch. Wie gesagt, ich frag mich immer, weil ich so bei mir spiele. Wenn das gelootet ist, wer bringt denn das neue Zeug hin? Ist das der Weihnachtsmann? Das ist ja ein bisschen, äh, ne? Aber sonst, äh, ist das auch so wie jetzt, dass wir jetzt versuchen und nicht schwinden, ne? Ist auch nicht so schön. Nein, hier dürfte eigentlich auch nicht sein. Nichts mehr. Ach, das ist doch jetzt selber, wo wir drin waren. Mensch. Hier waren wir doch schon. Ach, Mannu. Waren wir da schon drin? Wahrscheinlich ja. Hier kicken wir trotzdem nach. Kann ja nicht schaden. Da ist ein Auto. Aber das ist ein Take-Auto. Kannst du nichts mitmachen. Schiebung. So, hier waren wir nämlich schon drin. Erkennst du? Tür offen. Ja, das ist ab und zu, wie gesagt, dafür kann ich nichts. Das ist so, wie das ist. Das liegt an der Stadt. Wie gesagt, die Grafikkarte, die hat 60% Auslastung. Also nischt. Das ist nichts. Aber wie gesagt, das ist ja auch ne Early. Die sind noch nicht so richtig optimiert. Ich hoffe, dass das überhaupt mal optimiert wird. Tünen mir gefallen. Das ist schon nicht angenehm. Achso, das ist die Polizeirevier. Da müssen wir nicht hin. Da ist das Hospital. Da müssen wir auch nicht hin. Da waren wir auch schon drinnen. Naja. Also rein theoretisch, wo ich eigentlich noch... Da waren wir noch nicht drinnen. Im Kino? Äh, Kino. Wie komme ich jetzt auf Kino? Reklam. Hier waren wir... Doch, hier waren wir schon drinnen. Sade, Sade. Ja, äh, fabrikmäßig. Wo wir da... Bei der E-In-Quest waren. Da könnten wir eigentlich noch mal hin. Also, wenn ich wüsste, wo das ist. Jut, ich bräuchte auch bloß die Quest noch mal durch hin, ne? Ja, ja. Das wäre nicht das Problem. Aber hier ist alt ausgeräubert, wa? Das war schon ein bisschen gründlich. R. Gründlich R. So, hier ist auch alles aus. Gezeichnet. Auf ein Zitter Zombie. Flup. Der ist gestolpert. Hier ist nischt. Es gibt hier nischt. Oh, äh, der Kabel... Wer liegt denn da? Das ist das Holzstücke da. So, wenn ich jetzt da hochhehe, was ist denn da offen wie ich? Der ist ja alles noch gar nicht aufgedeckt. Das machen wir mal jetzt, wa? Den hätte ich jetzt übernehmen können, den Sperling. Den hätte ich jetzt nicht brauchen können. Oh, alter Loot. Unge-lootet. Wahnsinn. Das nehmen wir alles mit. Das braucht eh keinen Ars mehr. Schön. Schön, schön. Hey, ich will die zusammen haben. So, äh, dazwischen. Zu kommen, äh, ja. Ist das erstmal... Für ein Puppels. Obwohl mir ist letztes Mal aufgefallen, äh, bevor wir aufgenommen haben, dass ein paar Rezepte resettet worden sind. Also, ich musste das Lasersphert nochmal neu leeren, ne? schon tot. Hallo. Hallo. Hallo, nicht ignorieren. Süße Tasse davon. Ich wollte jetzt gerade sagen, dann könntest du jetzt nur noch leben. Das war falsch. Wann ist denn das da hinten? Was ist denn das? Hallo. Könnten sie mal... Äh, schon tot. Was ist denn das? Das ist ein Haus, Kabi. Das nennt sich Haus. Da gehen wir mal gucken. Es ist ein Gurguren. Hallo. Die Tür ist offen. Also, jetzt. Es ist ein öffentlicher Raum. Oh, das ist schön. Ich hab mir ein Loot. Alter, unser Inventar ist noch ziemlich leer. Das bin ich gerne gewohnt. Aber für Kosen. Und dann wundern sie sich, warum sie sterben. Alter, ich kann mich nur erinnern, die ersten, äh, zwei Folgen, wo die rinden... Oh, Alter, woher sieht die und so... Jetzt, äh... Schnetzig durch wie... ein Schnetzlar. Ob man sowas absichern kann? Weil durch diese Wände können sie ja eigentlich nicht durch. Gut, ist dann auch ein bisschen blöd, wenn du flüchten musst, weil sie hier durchreichen. äh, reißen. Äh, gut. Ist nicht so ganz perfekt dabei. So, was haben wir da drüben? Das sieht aus wie so ein cleanet Lager. Ey, hast du mal ein Lager? Oder ein Pilz? Zwischen lieber ein Pilz, passt immer ein Pilz. Alter, hier sind ziemlich viele Steine. Ich kann mich erinnern, also hier war ich im Test schon gewesen. Also, wo ich das erste Mal das Spiel antetestet hab, wo ich das aufgenommen hab, da oben ist nämlich ein Startplatz. Punkt. Whatever. Und da hat ich hier unten gleich eine Arcaie gehabt. Hey, hey. Ich brauche so einen engen Raum, bis es dann doch nicht so auch doch funktioniert. Hey, hey. Hey, hey. Das werden immer mehr. Weißt du, was? Gut, jetzt kann ich es auch nicht mehr zumachen, weil es beschädigt ist. Mensch, komm doch einfach hin. Oh, macht er. Jetzt ist wohl ein Clute, oder was? Wie mir? Ich hab irgendwas kaputt gemacht. Ich wollte doch nichts kaputt machen. Achso, die Tür ist weg. Oh mein Gott. Da ist ein Medi-Pack. Hier, nimm mit. Ich nehme diesen Preich nicht an. So, da ist ein Medi gerade gewesen. Ja. Ja, ja. Den nehme ich auch mit. Hey, hey, warte. Danke, dass Sie gewartet haben. Sag mal, was habe ich denn jetzt schon für die... Oh, für die Arcaie schon fast 300 Schuss. Das ist doch ja nicht so schlecht. Warte mal. Aber ich nehme die mit. Den hinteren werde ich auch mitnehmen. Waren das noch Zeiten, wo man Eisen klopfen musste? Also, vor ein paar Folgen. Äh. So, das ist normal Stein. Nee, das ist Textur. Aber das ist Eisen. schnickert Eisen. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, hier bei so einer großen Köpfe, äh, da müsste es ja auch mehr Eisen rauskriegen. Viele mehr. Aber hey. Wir sind ja hier nicht bei Wünsch dir was. So, warte mal. Die nehme ich auch auseinander. Die haben nämlich meistens Öl. Jut. Ich habe nichts gesagt. 15 Uhr. Das heißt, wir müssten, also, den, wie ich mir, werde ich mir merken. Obwohl, ja, da vor oben, muss da ja eigentlich schon vorbei sein. Ja, komm, das bisschen nehmen wir noch mit. Da müssen wir eigentlich genug Material haben. Also wenig. Ja, genau. Da ist nämlich das andere Tor. Was ich cool finden würde, ist ja noch, dass du irgendwie so ein Key oder so finden kannst, irgendwie, dass du da rin kommst. Dit wär cool. Hast du da drin eine Basis und kannst du denn erforschen? Dit wär schon nice. Wer weiß, vielleicht ist auch so weit geplant. Ich weiß ja nicht, ob hier noch, was hier noch dazu kommt, ne? Wie gesagt, ich hoffe, dass die immer schön weiter machen. So. Ich würde mal sagen, wir werden erst mal zurück, wa? Das ist keine schlechte Idee. Und zwischendurch können wir ja in den Pad. Ach, komm. Brauchen wir so oder so? Hoch zum Reparieren. So, ne? Und wenn ich nach Hause, kann ich ruhig jetzt wie ein Stück mitnehmen. Dit ist das erste Mal, dass wir von Horde zu Horde kommen. Und wir haben eigentlich noch die Juchtmunition zu Hause. Also. Also jetzt für die Ballisten. Weil alt haben wir nicht verballert. Da ist noch was da. Und das wird ja gleich mehr. Naja, ich würde die eigentlich jetzt erst mal in Marcin investieren. Ich sag mal, der Ausflug war nur Erfolg. Klingt kompletter, aber ein Erfolg. Wir haben Mathe. Sag mal, wie viele Kuppe habe ich hier jetzt eingesammelt? Das habe ich gerne nachgekuckt. Ah, okay. Ist nicht doll. Ah, Kuppe ist scheiße. Also war nicht so gut. Da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Ein wenig mehr. Aber wer weiß, was bei uns jetzt in der Maschinenwarten tut. Wenn ich richtig informiert bin, können wir maschinenmäßig pro Maschine zwischen eins und fünf oder so, ne? Rausschmeißen. Ich hatte nämlich das ehemal in Sachen Öl hatte ich so ja vier ja schon ja ab. Aber ich ja nicht standard. Ist ja Zufall. Ja. Ich guck mal. So. Da, da, da. Da, da. So. Dann schwimmen wir einfach rüber. über einen großen Teig. Teig. Teig ist was anderes. Das müsste doch eigentlich gehen. Weil allzu weit ist es nicht. Und wenn ich warte mal. Man nimmt mal noch ein bisschen wegen Lebensenergie. Wenn ich jetzt Ausdauer ne. Ausdauer wirst du auch so benutzen. Ob du nun langsam oder schnell schwimmst. Jetzt halte ich das nicht mehr für so eine jülle Idee. Aber geht. Aber der flackert trotzdem. Äh. Gut. Anti ist leise und der flackert nicht mehr. Ich lebe. Kann ich das auch machen? Oder ist das nicht ist was ist es ist nichts. Seht ihr? Hier war man nämlich letztes Mal auch gewesen. Gut. Dann kann ich übersehen haben. Ist ein kleiner Knöbel. Knöbel. Ja, ja. Tu mich auch. So. Schnell zurück. Warte, wo? Ach da. Komm her. Ja, komm. Okay. Ich habe es dir gesagt. Ich habe es dir gesagt. Wer ne hören will, muss fühlen. Aber warum nämlich die Gute-Mudition? So. Äh. Müsst ihr da lang? Gut, ich muss da lang, dass ich da lang kann. Willst du mich verarschen? Stücke hoch. Pass mal auf, Freundchen, ne? So nicht. Knöbel, spinne. Pass auf, gleich will er. Knack, 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 knack. On Heaven's Door. Oder so. Jetzt ist es gut, gut. Wie gesagt, wir brauchen ja auch Pikmizze, um unsere Wacken aufzurüsten. Und Sperlinge und so ist wichtig. So, jetzt bin ich gespannt, ob der Wer-Wer-Villa da ist. Wird alle gebraucht. Na, hast du mal sprechen. Du dürfst weiterleben. Bambi. Hä? Äh, äh, irgendwie? Jetzt hat es, jetzt zurück geht es mehr. Trotz, wo wir aus der Stadt raus sind. So, das heißt, wir können in der nächsten Folge dann weiterbauen. Äh, und dann ist auch schon wieder Horde. Alter, das geht ratzfatz. Ein Öl. Zwei Öl. Drei Öl. Das ist ja lumpig ist das. Nee, das ist nicht gut. Das ist mau, mau. So, äh, gut, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Aber ich kann ja was essen. Und was wegschmeißen. Gut. Das ist mein Nutfinger. Der macht da keine Unterschiede. Und der Pipa, der hat Schwein, dass der auf der anderen Seite ist. Hey, Kupfer. Boah. Gut. Er ist schnell. Nicht schnell genug. Gut, das war jetzt dumm. Aus dem folgenden Grund. Inventar. Ich wusste das. Äh, aber ich kann ja drei Stücken, das schaffe ich. Die schneck ich weg. Ich habe so ja eine Munition in der Tasche gehabt. Für die Ballister. Mister, Mister, mach Ballister. Die Schummeler. Ich habe die doch letztes Mal erschossen. Also, das ist, äh, das machen die mit Absicht. Die wollen mich zu, äh, ihr Pettachfischer. Die wollen mich, äh, ja, was wollen sie denn? Zu Weißglut bringen. Die wollen, das ist, äh, 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 das wollen die. Ich spüre das. Entschuldigung. So. Also, ich brauche, etwa, ich brauche das, und ich brauche das. Hä? Ich Idiot. Ich habe das hier noch verkehrt rumgemacht. Ist ja keine Verschwendung. So. Ich brauche doch die Kupferbahn. So, also, ich brauche schwer. Shit, ich habe das schon mal gut. Ich mache erst mal von Jens, wie muss er erst mal. So. Jetzt müsste ich doch rein theoretisch, äh, alles mit bei haben. Dann haben wir das, was wir uns vorgenommen haben, geschafft. Wie, was fehlt? Nägel. Das kriege ich hin. 60 Stück. Das ist ja ein schönes Fälle. Kriege 60 Stück her, äh, hin. 30. Ja, dicke. Gut, dann haben wir schon wieder zwei Maschinen mehr. Das ist auch schnicker. Ja, wie gesagt, also, Stück für Stück. Ist das jetzt dein Ernst, Kerbin? Komm. Gut, wir bauen den, ach du Scheiße, wir sind schon wieder bei fast 14 Minuten. Gut, Leute, ich werde das hier erst mal abbauen, dann werde ich den Villa neu aufbauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, denn es ist Villa Horde, äh, und wir werden zwei Maschinen mehr zu stehen haben. Also, bis denn, ich bin dann erst mal raus. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü